Wir spielen Dragel, Bender, Turtles und ich, jeder gegen jeden und ich hab Angst. Ich hab Angst. Warte mal, ich hab irgendwo bestimmt so ein Tanz-Tanz-Ding. Die Map ist geil, ja, die stimmt, die Map hat ein paar coole Features. Du hast recht, ich brauch was, ich brauch was Hühnchen rum, das Hühnchen ist praktisch in der Map, ja, Kontrast mäßig, nicht so. Ja, ja, das Hühnchen ist auf der Map nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja, das ist ein Problem, das stimmt, du bist halt riesig, ja. Los geht's, Leute, los geht's. Was? Schon rausgesprungen oder was, bevor es überhaupt ging? Ja. Ja. Ich bin jetzt schon raus, ich bin jetzt schon raus. Ich bin ja weiß. Ich bin ja weiß. Jo, ich... 100 Meter. Ja? Ich bin mal 800 Meter über dem Boden. Falsch 1, Falsch 2, Falsch 2, Falsch 2 aus. Boah, das ist aus der Lüppi. Der fällt da. Der ist 1007 Schluckwerken. Boah, ich bin jetzt nicht mehr an der Kante. Ich hab an der Kante entkommen. Ich hab's gemorten. Ich hab's gemort. Ich hab dich gehört. Bist du hier runter? Ich dachte, der Bender ist hier runtergesprungen. Nein, pass auf. Ich hab dich gesucht und wollte dich töten. Ja, ach so. Okay. Und dann hab ich dich nicht mehr gefunden und dann hab ich gedacht, gut, dann lute ich weiter und auf einmal stehst du da vor mir. Hey, aber ganz ehrlich, ich dachte, ich dachte, Bender ist hier rausgehüpft. Ich dachte, ich war hundertprozent sicher, dass ich's da unten mit Bender zu tun hab. Turtles, was ist los? Turtles, was ist los? Ja, ich kann das nicht. Ich kann nur Originalpapier spielen, weißt du? Das Originalpapier. Wie nennt man das? Classic. Turtles, du musst jetzt wieder an Bender callen. Soll ich für dich callen? Nee, nee, nee. Sonst melde dich. Der wird sonst uns melden. Sonst melde dich. Okay, ich call dich. Entspann dich. Bender call dich. Die machen dann, die schicken dann gleich die schicken dann gleich irgendjemand Investigativ-Journalisten schicken die dann gleich. Oh, ich hab so Schiss, weil ich weiß, dass hier, glaube ich, noch einer runtergeleuchtet ist. Ah, I don't believe a word, man. Okay, hier ist immer. Nein, keine bösen Wörter. Das ist so. Ähm. Endlich ein Rucksack. Endlich. Ja, Turtles, Turtles schaut jetzt zu und denkt sich bestimmt, was spielt der für einen Scheiß zusammen, so? Was spielt der für einen Scheiß zusammen? Ja. Ja. Ja, ich weiß schon. Äh, keine Panik, ich, ich komm schon noch zu dir. Also, so ist es nicht. Äh, wenn du ein Hühnchen bist, dann sollte das nicht all so dramatisch sein. Verdammt, ich hab vergessen, hier zu wechseln. Mit verdammtes Hühnchen. Ja. Abfall, sei schon gut. Die Haftbombe ist gut. Ja, es gibt vor allen Dingen auch in der Map schon immer zerstörbares Terrain. Was denn? Jetzt, Bender, hör auf! Tragle, kümmere dich mal um Bender, damit er sich mutet. Tragle weiter! Ich bin der Wahnsinn, dass du hier noch eine vernünftige Waffe. Ey, es ist bei mir auch totale Grütze, das Loot, echt. Ja! Oh, no way, man, die Map. Oh mein Gott. Gibt's da keine M24 oder was? Gibt's keine M24? Ne, ich glaub nicht. Also, ich hab zu... Oder, vielleicht gibt's eine auf der ganzen Map oder so. Kann man das einstellen? Ah, das ist witzig. Okay. Dann... Könntest... Ja. Ja, oder du könntest theoretisch alle Waffenschäden, außer von der Tommy Gun, auf Null setzen. Ja, deswegen ja, ne? Keiner spielt Tommy Gun. Aber wenn du die Tommy Gun hast, hast du die einzige Waffe im Spiel, die Schaben macht. Ein diabolischer Plan. Also, irgendwie ist es unübersichtlich. Wo sind die Bros? Das gibt's auch nicht. Aber die Produkte, die ich... Sterbe! Nein! Das gibt's einfach keine Zwiebel. Ja, nicht so wirklich, ne? Bold Action gibt es nicht so viele. Wenn du jetzt außerhalb der Zone stirbst, dann wäre das irgendwie antiklimatisch. Was macht ihr denn für Zeug? Äh, Jungs. Hm? Habt ihr gleich Bock, noch ein normales Match zu spielen? Ja, würd'n wir machen, oder? Ja, ja. Nur dabei. Komm mal, eins. Seid ihr schon durch da? Ne, 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 wir brauchen noch, wir brauchen noch kurz. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um den Rest zu spielen. Ja, ja, ja. Sobald der Rest ist, kann ich mit Tragen, wenn ich feiern. Dann tanzen wir zusammen. Oh, tanzen will ich dabei. Feiern, damit der Rest tot ist. Ah, das macht er. Na, hab ich gesehen, davon muss dieser Fall ja erst mal eintreten, Leute. Ja, genau. Das wär so ultra-lustig. Was sind das immer für Explosionen, die man da hört? Sind sozusagen die rote Zoll, was sind so Feuergranaten oder so. Ah, okay, okay, alles klar. Ultra-laut. So, dann schauen wir mal hier. Mal diese ganzen... Ich hab ein Flugzeug gehört. Die UMP? M4? Oh, nein. Oh, nein. Ich hasse die P90. Ich hasse die P90. Also, wenn ich sie nicht habe. Die ist ultra-fies, Mann. Die ist ultra-hinterhältig. Was? Hab ich die auch? Ultra-hinterhältig. Ich hab halt kein... Ich hab halt kein... 1 Der Rest ist echt klein. Leute, ich sag's euch, wo sind denn die, das gibt's doch nicht, aber die Map ist halt ultra hart, weil du kannst dich so verstecken in der Map. Das gibt's doch nicht, wo sind die, das gibt's. Dragen lurcht bestimmt draußen außerhalb der Zone rum, oder? Ja, ja. Der ist noch draußen mit dem Jammerpack, chillt. Chillt draußen mit dem Jammerpack, easy. Das ist jetzt echt. Ich hab dir hundertmal, ich hab dir hundertmal zwischen die Beine, zwischen den Beinen durchgeschossen, ey. Ungelogen. Ey, ich hatte die 94, du konntest überleben. Wie konntest du überleben? Äh, ich hatte einfach, also du, ich hab auch super schlecht geschossen. Ey, ich hab dir so gute Hits gegeben, zwei Hätten geschlossen. Der überlebt einfach. Ne, das, sorry, aber das stimmt nicht. Ey, bei mir sagst du auch so gut, zwei Hätten geschlossen. Ich hab dir ein halbes Magazin zwischen den Beinen durchgeschossen. Ungelogt. Ich wollt exakt da reingehen, ey. Ich wollt exakt da reingehen, auf den Farben. Oh, das Flugzeug ist ultra laut, kann das mal bitte jemand ausschalten? Ich verstehe nicht. Wo ist der? Das gibt's doch nicht. Hat der, hat der, ein Sand, Sandklotz-Skin an? Ah, jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Da ist er ja. Muss ich auch so rüber. Ja, genau. Uuuuh. Aber da warst schon wieder ultra an der Kante von der Zone rumgelucht. Was war das denn? Ich hab dich schon zweimal im Visier gehabt, aber muss er zweier Scope gehabt. Ah, okay, okay, okay. Ich wollt dich diesmal nicht verraten, weißt du? Scheiße. Passt schon. Passt schon, passt schon. Wir machen noch eins. Wir machen noch eins. Ja, wir machen noch eins.